Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 3 mit mir Level 4. Ja, wir befinden uns mitten in der Ringed City, die vermutlich Londor ist. Und haben wir so einiges gefunden, was ist zum Beispiel hier? Kann man da hin? Nein. Und haben wir einiges gefunden und wahrscheinlich geht es hier runter zum Sumpf. Mal gucken, ob das auch meine Vermutung trifft. Alles klar, on Backstep. Oh, hat nicht ganz funktioniert. Jetzt aber. Nicen Stein. Ich bin mal gespannt, ob ich hier vielleicht nochmal Waffe finde, die noch mein Chaos-Schwert toppt. Von den S-Werten, von den Werten her. Vielleicht finde ich hier ein neues Schwert, ein neues Gutes für mich, aber wer weiß. Okay, immer Vorsicht genießen, wenn man sowas betritt. Was bist du? Alter! Das ist ein alter Priester, ne? Alter, der war jetzt voll creepy, ey. Wieder angelaufen kam. Das ist... Alter! Das ist wie ein Pilgrim auf mich. Alter! Sind die creepy. Wo kam der jetzt vor allem auch her? Guck mich, oben auf einmal... Läuft sowas auf mich zu? Okay, unten liegt was. Ist gut zu wissen. Kann man irgendwie unterdroppen? Wo kam der jetzt her, ey? Ohne Scheiß. Ich trau' nix mehr. Krass, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das die creepy. Alter, ey. Ich werd nicht mehr. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. War entehr mir auch einer? Ich hab's nicht ganz gesehen. Ne, da war keiner mehr. Hm, du mich auch? Hm. Alter. Der hat's geheilt? Arschloch. Und weg mit dir. Okay, so schwer sind die nicht zu bekämpfen. Man muss nur wissen, erst mal wie, aber... Oh, das ist noch einer von denen. Nein! Nein! Oh! Die sich einigeln. Aua! Oh, nein! Teilt er sich auch wieder. Wie mies, ey. Man will sich doch... Man will sich doch ver... Oh! Oh, du armer Sack. So, haben wir jetzt alle? Okay, ich spring da erst runter, wenn ich auch hier... ...alles gecleared hab. Ich hab... Ich geh da nicht so runter. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Oh! Ist das Black Nights oder das Silver Nights? Ne, das ist ein Silver Nights. Was hat denn Gewinn hier zu suchen? Ich dachte, Londo wäre... ...eine Stadt ohne Gewinn. Oh, nein. Okay. Und das hat einen größeren Schild. Und das hat einen langen Speer. Hm. Nicht so cool. Okay. Alles klar. Backstep. Ich hab'n Feuerschild, mein Freund. Du kannst nicht mal. Alter! Wo kommt... Wo kommt der jetzt? Sag mal mal her. Ey, das ist uncool. Wo ist der? Hä? Kann ich stehen bleiben bei diesen Gegnern? Das ist echt scheiße. Und der, der da auch da ist, kann ich mich nicht... Kann ich nicht irgendwo stehen bleiben. Jetzt hab' ich die aber... Okay, gut. Brauchst du. Reichtstein, okay. Hat nichts gedroppt. So. Wo bist du, mein Freund? Also. Muss ich mir doch runterspringen? Ich wollte springen. Ich wollte das eigentlich nicht. Aber da war der schon mal. Das ist schon mal gut zu wissen. Halt doch mal die Fresse da. Ohne Scheiß. Und da. Aua, 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 aua. Oh nein. Das läuft ja gerade fantastisch gut hier. Ich bin ein wahrer Akrobat mit meinen Künsten des Nichts. Ach, Mann. Okay. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber. Jetzt springe ich da hin wie ein rarer Meister seines Fachs. Okay. Du bist dran. Fick dich, Alter. Das sind nervige Gegner. Wirklich nervige Gegner. Was steht hier? Okay. Scherzer. Multiternit, okay. Hm. Keine Ahnung. Ich hau mal überall drauf. Wer weiß. Vielleicht kommt ja was. Nein. Hm. Wo war ich hier unten? Keine Ahnung. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass hier unten was ist. Versteckt. Gucken wir mal, ob mir irgendwas komisch vorkommt. Das hier wirkt auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Hm. Mal gucken. Vielleicht finde ich hier irgendwas, was mir dabei hilft. Aber erst mal hier runter. Drei Stück. Also ich hab schon mit einem ein Problem. Aber mit drei? Kommt die Neo-Train-Train-Train wieder ab? Die kommen näher. Da sind sie. Ich will jetzt mal einen anlocken. Kommt hier eigentlich noch einer? Na klar. Alter, wir haben echt ne Bucht drauf. Alter, 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 alter. Beruhig dich. Alter, beruhig dich. Okay. Oh, die können ja echt klatschen. Okay. 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 Lebt immer noch. Schluss jetzt. Ja, okay. Tanitbrocken. Okay. Eine läuft noch. Ja, da waren noch drei. Ich hab doch drei gesehen. What? Okay. Alles klar. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Ich will da rein. What? Okay. Anscheinend kann ich da nicht rein. Wie mies. Wie mies das ist. Wie mies das ist. Lass mal auf den Typen da. Oh, come on. Oh. Okay. Backstab. So. Okay, ich hatte unten. Kommt gerade so auf mich zu. Aber tut's nicht. Oh, come on. Oh, come on. Fall runter. Fall runter. So, jetzt sage ich gleich runterfallen. Mache ich hier, muss ich einen Headshot machen, oder was? Und tschüss. Hat der überlebt? Oh, come on. Nein. Und fire. Und fire. Okay, weg ist er. Komm mal, Freund. Hast du noch andere Freunde da rumstehen? Ich glaub nicht mehr, ne? Okay. Juhu. Weg mit dir, ihr Schweine. Stehen die Brocken. Was haben wir hier noch? Stehen die Brocken. Hm, okay. Oh, wo geht's denn da lang? Also das war klar, dass du aufstehst. So viel ist ja schon klar. Aber was passiert hier noch? Sonst ist hier nichts. Hm, komisch. Okay. Also guck ich mir trotzdem noch mal, was das hier war. Reden, okay. Also gewinne es nicht, mein Gott. Also gewinne es nicht, mein Gott. Äh, gewinne es nicht, mein Gott. Äh, gewinne es nicht. Äh, gewinne es nicht. Also gewinne es nicht. I am known as Shearer. Servant to the Princess Villianor. Matriarch of the Church. They who are ken to God's name are surely ken to the terrors of the dark. Please, I bid thee take not from the princess her peace or rest, as the fire waineth, does she lie by the dark, all for the sake of man. Thou'st a kind heart, speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest our God. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabiteth this city. Medea is his name, and the archdragons are his forebears. He once railed against the dark, who was by dark afflicted. Now here, returned, he remaineth, to watch over the sleeping princess, true to the old court, and yet, I would have thee put the dragon to rest, before the dark consumeth him, and his vows are for God. I offer my sincerest gratitude, thou who art ken to God's name. Please, take this. Okay. I have asked thee a thing most terrible of thee. May this token of thanks be of aid. I beg thee, put the great dragon to rest, before the dark consumeth him, and his vows are forgotten. I beg thee, before the... Okay. Filiano. Wie war das mit... Was hat die nochmal genau gesagt? Die... Die hält the dark zurück, oder was? Ich hab das jetzt nicht so ganz... Also... Sie hält die Finsternis zurück für... For the sake of man? Das ist... Okay. Irgendwas flapsst hier rum. Das ist nicht der Typ da unten. Da ist er, okay. Oh, Mann. Hm, was war das? Ah, es war ein... Headshot! Headshot! Das war ein bisschen daneben. Und das ist wieder so ein Penner. Hm. Oh, komm schon jetzt. Nice. Hm, dazu treffe ich ihn gleich nicht mehr. Hm, shit. Muss warten, bis er rüberkommt. Na, komm, ja. Ah, geht wieder runter. Das ist gut für mich. Ja, komm schon. Alles klar. Okay, kommt wohl kein Typ. War so irgendwie angejumpt. Okay, hätte ja auch was sein können. Okay, so bin ich soweit, dass mir hier... ...in Ordnung muss. Frucht. Okay. Die Typ macht mir gerade ein bisschen Angst. Versucht gleich mal auf ihn runter zu jumpen. Und der die Fresse hält. Dann kann ich mich hier in Ruhe umsuchen, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss. Oh, da ist noch so ein Typ. Oh, da ist noch so ein Typ. Oh, da ist noch so ein Typ. Ich bin jetzt einfach mal Creeps, weil die sind echt ekelhaft. Fuck. Fuck, weg da! Fick dich! So. Also es gibt so ein Priester-Set. Das erinnert sehr an die. Ich weiß nicht, ob es... Was ist das da hinten? Ob das da auch welche sind. Ah, das ist ein normaler Typ. Okay. Okay, okay, okay. Aber jetzt kann ich erst mal hier in Ruhe umsuchen. Das ist immer gut zu wissen. Okay. Gucken wir mal, was sich da hinten verbirgt, bevor ich da runtergehe. Ich will mal auf der Hut sein, ey. Dass nichts von oben kommt oder so. Oh, ich bin eine andere Welt beschworen. Okay. Von mir aus. Dann mal gucken, wie der Kampf ausgeht. Ich habe 70.000 Seen. Was zur Hölle gerade? Was soll ich mit 70.000 Seen machen? Ich will ja gar nicht aufsteigen. Ich will ja auf Level 100 bleiben, aber... Ach, scheiß drauf, ich steige auf. Fuck drauf. Jetzt wird sowieso kein PvP-Charakter, weil ich ja... von New Game Plus sowieso alles umlege, was... Nicht, bei drei auf den Bäumen ist... Okay. Ich habe es nicht gesehen, wo es hingehen, aber wahrscheinlich runter... Ah, da. Komm ich zu spät? Konne ich gar nicht mehr helfen. Wo ist er, wo ist er? Da unten. Fuck yo. Ah, schon ist er. Okay. Hey, Leute. Warte, wie geht's euch? Hey. Oh, da ist er. Na gut, da ist er. Na gut, hier. Oh, nicht, dass er jetzt nicht umhaut. Okay, alles klar. Okay, er ist gelöst. Guck, ob er mir noch helfen kann. Gut, ich habe es geschafft. Die Aufgabe ist erfüllt. Und er hat die beste Stärkewaffe eben gehabt. Die er zumindest am meisten reinzimmert. Das war, ähm... Wie heißt er nochmal? Die Großaxt von, ähm... Oh Gott, wie heißt das Ding nochmal? Fällt es gerade echt nicht an. So, hinten ist der Typ. Keine Ahnung, ob da noch ein zweiter irgendwo rumlungert. Okay, er kommt jetzt auch. Backstep! Und auch nicht. Okay, alles klar. Krasser Schild. Immer noch nicht. Okay, alles klar. Tschüss, mein Freund. Ich bin nicht gebrochen. Ich will wahrscheinlich irgendwann deren Rüstung. Aber bisher anscheinend noch nicht. Okay, ich dachte, das wäre... Das offener wäre doch irgendwas. Aber nein. Nein, nein. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay. Überall hingucken. Okay. Okay. Das ist nicht so cool. Scheiße, ich habe da nicht mehr so viel zum Heilen. Aber eigentlich ist das hier eine ganz coole Stelle zum Kämpfen. Ich weiß ja nicht, von wo er kommt. Aber von hier aus sollte ich eigentlich eine Sicht haben auf alles. Oder? Äh. Ich kann ja eigentlich hier erstmal weiter. Vielleicht findet ihr mich auch gar nicht. Die Gegend ist ja echt groß und verwinkelt. Irgendwas stimmt hier nicht in dieser Gegend. Okay, hier ist wirklich nichts. Das kann doch gar nicht sein. Aha. Oh, das ist ein richtiger... Achso, das ist so ein finster Geist. Ich verstehe. Suche der Ausgestoßenen. Okay. Okay. Doch, wieder... Nein! Okay. Der erinnert mich sehr an Alba. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, mit dem letzten Stocker hätte ich noch getroffen. Dem Murakumo. Oh. Ah, shit. Nein. Okay, das ist... Oh, das ist ein dumm von dir. Okay, das ging relativ simpel. Wolfsring plus drei. Sehr gut. Sehr gut. Und was ist meine Belohnung dafür? Hm. Schwarzechsenhut. Okay. Glück nur voraus. Was soll er? Okay. Also habe ich das hier wohl geschafft. Gibt es hier wohl erstmal nichts mehr. Gut. Ich habe hunderttausend Seelen. Hm. Was stand hier? Finstergeist voraus. Ah, okay. Also... Ich habe... Also war es kein anderer Spieler. Es war einfach nur ein Finster... Geist. Okay. Ich dachte, was liegt denn da? Auf einmal. Gut. Dann kommen wir jetzt... Also, das sieht echt... Was ist das denn da? Ich vermute mal, das ist wirklich dieser Purging Stone, von dem Lab gesprochen hat. Und ich wette... Das sieht da komisch aus. Na gut. Ich vermute mal, dass Lab doch echt... Echt... Also, eigentlich, die Stimmen passt. Dass der eigentliche, wahren Geiste... Unser guter Alter... Nicht-Freund-Patches ist. Nein. Also, es ist echt Gold wert, hier mit einem Bogen zu ballern. Ohne Scheiß. Hitshot! Hitshot! So. Hitshot! Hitshot! Oh, hat nicht gereicht. Oh, doch, hat gereicht. Okay. So, jetzt mal gucken, wo es da hingeht. Aber trotzdem, erstmal hier umsuchen. Okay. Unten ist erstmal nichts. Was passiert da? Muss frucht. Oh nein, so einer wieder. Blitzen der Edenstein, okay. Oh, es sind zwei. Hm. Oh, es war knapp. Okay, ich versuche es. Ne, geht das? Shit, es gab nicht. Vielleicht kann ich den Einzelnen anlocken. Vielleicht tun wir das erstmal hier gegen einen kämpfe. Oh, ich versuche es. Also, ich versuche es. Oh, ich versuche es. Okay. Scheiße! Das ist halt nicht cool. Hm, das ist halt echt so eine Gegend, wo man echt vorsichtig sein muss. Weil in jeder Ecke halt Gegner sind. Das ist eine leidensfähige Stelle hier. Shit. Fuck. Einmal zu viel geschlagen. Einmal zu viel geschlagen. Das war nicht gut. Okay. Steht, lebt er noch? Nee, der ist schon weg. Hier war nix, ne? Okay. Schade, ich muss ja eigentlich schon eigentlich den Part beenden. Schade, ich hätte es gern noch versucht weiterzukommen, aber hat nicht sollen sein. So. Wo kam der Typ? War da von oben. Ah, wisst ihr, ich mach's jetzt mal so. Na, komm runter. Ich weiß, dass du da oben bist. Mal so. Gut ist das gar nicht gegen die. Hm. Bist du uncool. Dann lieber ballern. Ah, komm, schieß doch. Ja, uncool. Das ist echt nicht so cool. Ja, wo, wo kommst du her? Wieso ist das so gelaufen? Ich dachte, die können nicht so laufen. Okay. Also, die sollen mir echt nicht zu nahe kommen. Die hab ich keinen Bock. Hm. Na, komm her. Du Blitzfuzzi. Hat der was gedroppt? Nein. Ich muss eigentlich gleich den Part beenden, aber das mach ich hier halt noch alles schnell. Gab's hier nicht noch irgendwas? Ah, Mann, ey. Das heißt, mir jetzt keine, keine, keine Keine Ruhe. Kommt zumindest der erste von den Typen. Die ich eventuell auch wieder hinten abballern kann. ist mit dem Typen da. Bam. Wenn du es dir runtergefallen, läufst du mir dann entgegen, oder was? Vor allem auf eben, ja. Kommt relativ schnell hier an. Gut. Gucken wir mal, ob wir den Typen wieder backstabben können. De, 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 de. Scheiße. Backstab. Oh, nicht. Schade. Backstab. Backstab. Oh, shit. Oh, ist gedroppt. Oh, ne Glut. Sehr schön. Aber ich hab hier noch gar nicht geguckt, ne? Gibt's hier was? Nope. Okay. Ich muss eigentlich gleich den Part beenden, aber... Ich will noch gar nicht so recht. Oh, oh, shit. Ich hab mich ganz vergessen. Haha. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der Typ soll sich mal schön verpissen. Ich hab keinen Bock auf Verfluchung. Verfluchung ist so scheiße und ich mag es überhaupt nicht. Verfluchung ist der Dreck. Jetzt kommt euch wieder der Typ angeflitzt. Wo ist der überhaupt gewesen? Ah, der kommt echt hier rausgeflitzt. Hm, dumm ich auch. Okay. Aber obwohl ich mich jetzt wieder rein wage und dann wieder von allen Seiten von diesen Peneln abgewichst werde, ähm, verende ich den Part und sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dankzuhls 3 mit Level 4. Freut mich. Tschüss. Tschüss.